Hallo und willkommen zurück hier bei Uncharted Among Thieves, dem zweiten Teil der Trilogie, bald Quadrilogie. Und ja, ich bin hier im Pause-Menü, weil die letzte Folge hat ja auch ziemlich actionreich geendet und geht natürlich actionreich weiter und an dieser Stelle mache ich auch mal weiter. Ich habe doch keine Ahnung, wie wir dem Panzer ausweichen, das müssen wir jetzt erstmal herausfinden. Kommt schon, ich muss erstmal rausstellen. Scheiße, rutschlau! Oh! Geh mal! Ah! Ähm... Au, 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 ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, scheiße! Ich habe das neuliche Plan. Oh, das werden wir doch hundertprozentig nicht überleben. Okay. Ein anderer Plan bisher. Ich habe keine Ahnung, wohin wir müssen. Das kriegen wir bestimmt doch irgendwie raus. Oh, schnell weiter! Komm, Drake! Komm, 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 weiter, 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 weiter! Scheiße! So geht der da nicht in Deckung? Das war jetzt eigenartig. Ich wollte eigentlich in Deckung gehen, aber irgendwie ist der nicht in Deckung gegangen. Klasse! Okay, verdammte... Oh, scheiße, lebt noch! Scheiße, rutschlau! Schmähl hier rüber, andere Seite, so! Komm, hau rein, Jung! Tänze, öffne diese Tür! Boah, mach auf! Jo, wir können da durch! Das ist wirklich... Oh, schnell! Huh, gut, dann sind wir erstmal hier raus. Ich seh' dich! Oh, das nenne ich mal Kopfschuss. Ah, und auch du sagst mal Gute Nacht. Ah, das war da bestimmt noch nicht alle Panzer-Action. Uh, fuck! Ah. So, den hätten wir. Den ebenfalls. Scheiße! Scheiße! Gibt's doch nicht. Jetzt. Und weiter geht's. Boah, der Panzer schon wieder. Ich muss erstmal schauen, wo es hier weitergeht. Ich seh' grad nix. Okay, da vorne durch. Boah! Stopp, 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 stopp! Boah, das war knapp. Oh, hier gibt's Granaten. Neh' mal mit. Ein bisschen Kalaschen-Dickhoff-Position. Ich hör' da schon wieder irgendwelche Schüsse vom Panzer. Schnell mal weiter. Äh, äh, äh. Au, fuck! Die hab' ich zu spät gesehen. Die kam nämlich von hinten an. Dreck! Okay, äh, weiterer Plan. Wir brauchen einen schnellen Plan. Ich lauf' einfach mal. Ich hab' keine Ahnung wohin. Ah, ich glaub' ich weiß wohin. Okay, 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 okay. Ähm, halt noch mal verreckt. Aber ich glaub', ich weiß, wo wir langen müssen. Das ist das Wichtige. Hier. Hier, hinters! Jetzt schnellstmöglich durch hier. Ah, lass mich doch hier hinter. Hier, hinters! Einmal nachgeladen. Oh, gekonnt, ausgewichen. Ja, das frage ich mich auch noch. Wow, wow, wow. Wow! Okay, das war vielleicht nicht die geilste Idee. Steh' schon auf! Wir müssen weiter. Oh, wieder geht hier Flucht. Was, was, was? Wow! Leck mich doch am Marsch! Nehmen wir hier mal Munition mit. Okay, hier hoch. Haben wir ein bisschen Munition. Au, 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 au! Hoppala! Ah, scheiße! Einmal ein Fehltritt. Und schon geht's abwärts. Haben wir die Munition? Äh, auch nicht. Jetzt haben wir sie. Und nochmal rauf. Hallo? Ähm. Hallo? So, du da drüben. Du hast mich ein bisschen erschreckt gerade. Jetzt bist du dran. So, Munition mitnehmen, nachladen. Weiter geht's. Vielen Dank, du lustiger Typ. Okay, da rüber. Wow! Nimm das! Wow! Äh, M4, M4. Scheißegal. Weiter geht's. Wir müssen hier durch. Was schnellstmöglich. Du schon was. Oh, na geil. Nicht gut. Achso, ich kann schon weiter. Oh, shit! Und weiter. Bloß nicht aufhalten hier. Direkt durch. Wow! Ähm, drag, 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 drag. Wir müssen weiter. Tänze! Wow! Ähm, da lang, da lang, da lang, da lang. Ich hab keine Ahnung. Schatz! Oh, oh! Fuck, komm mir näher! Fuck! Okay. Da kommen einfach Gegner. Ich wechsle mal hier rüber. Komm her! Nein, nein, nein! Nicht nachladen! Ah! Einmal verfehlt. Ich könnte kotzen! Nochmal das Ganze. Kommt mal her. Zack, Nummer 1. Nummer 2. So, jetzt schnell hier. Wird irgendwo ein Schatz. Ach, den haben wir schon. Gut. Oh, Mann. Oh, Mann. Weg, 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 weg. Oh, fuck! Da ist der Panzer! Shit! Komm ich hier rüber? Nein. Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Weil der Panzer steht direkt dort. Fuck. Ich hab grad keinen Plan. Komm mal hier hoch. Scheiße. Solange der Dreckspanzer da ist, kommen wir hier nie und nimmer durch. Komm mal da hoch. Oh, Mann. Das ist doch scheiße. Gut, ich hab eine Idee. Komm ich hier hoch. Nein. Komm mal hier hoch. Ah, da ist lang. Oh, der ist noch! Check mal. In die Gegner gerannt. Oh, das war arschknapp. Weiter geht's. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, fuck! Ist er hier überhaupt richtig? Ich hab das Gefühl, wir waren da nicht richtig. Oh ne, jetzt sind wir hier schon wieder. Okay, nochmal in Deckung. So, nachladen und weiter geht's. Wir wissen ja, wo lang diesmal. Ausgeschaltet. Direkt hier vorne. Oh, na, zwei. Wo kommen denn zwei her auf einmal? Einmal nachladen. So, den hätten wir ebenfalls. Einmal die andere Waffe genommen. Jetzt müssen wir überlegen, wo lang. Guck mal, hier lang? Nein. Da lang müssen wir. Den Weg, den hab ich total verpeilt gerade. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ah, hier kann man runtergehen. Das macht die Sache natürlich leichter. Erstmal zumindest. So, gehen wir mal hier unten am Berg. Ich hab keine Ahnung, Drake. Das wüsste ich gerne selber. Ähm. Ähm. Hallo? Muss ich doch hier oben? So. Ah, okay. Ich dachte, ich muss mich da im Plan haben. Wow! Wer kommt denn auf die Idee? Man könnte es meinen, oder? Schnell mal weiter hier. Nicht lange aufhalten. Wow! Hey! Hey! Oh! Leck mich doch! Auf, 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 auf! Das ist egal, woher war, Drake! Hauptsache, er ist mal weg hier! Wow! Oh, ist auch noch Gegner! Oh! Scheiße, keine Granat, ich hab keine Granat gemacht. Komm schon! Hier, er nimmt das! Eins! Komm, sie da auch noch! Komm raus da! Scheiße, Nachlagen! Komm draußen, der Panzer hier drinnen! Vielen Dank! Schnell Munition mitgenommen. Ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht! Definition! Oh! Puh! Das war arschknapp! Der hat uns fast erwischt. Boah, schnell nach oben, würde ich sagen. Yeah! Auch den hab... Ähm, nein, da wollte ich gar nicht hin. Hallo! Verlassen, ja! Äh! So, weiter geht's! Ich hab keine Ahnung wo! Autsch! Ah, ne Panzerfaust! Wo ist der scheiß Panzer? Da unten! Aber noch eine, Junge! Ich hoffe es zumindest... ...eine Fall... Ach, aus Himmels Willen! Ist hier nur ne Panzerfaust? Ich sehe keine mehr! Boah, Alter! Boah! Scheiße! Ah, das muss ich da vorne gewachen, ne? Ich hab's gerade keine Ahnung... ...wie wir am besten weitermachen. Jetzt sind wir zwei hier oben. Hallo, ich würd gerne wieder... Ach, leck mich doch fett! Lass doch los! Ach, Dreck, Dreck, Dreck! Stolz, sind wir wieder hier oben. Dieses Mal ohne Panzerfaust. Gut, erstmal die Gegner alle ausschalten. Auch den da drüben. Fuck! Buh! Ja, das ist irgendwie scheiße hier gerade. So, ein Kopfschuss. Jetzt, warte mal! Boah! Da kriegst du einmal einen vor den Latz gebraten, ey! Jo, jetzt ist doch ne Kanate! Dann leckt mich doch! Boah, Leute! Ja, keine Chance! Kriegst du ja von allen Seiten verbraten, ey! Mann! Hier, komm, woher! Da hinten erstmal! Ein, zwei, komm schon! Ja, verreckt! Quatsch! Ab, ey! Oh! Wir werden sehen! Oh, jetzt, komm, ey! Das ist so nicht wahr! Ich will gerne nach hier endlich! Mann! Ich glaube nicht! So, die da hätten wir! Jetzt müssen wir irgendwie die Panzer da unten erledigen und das schnell! Lass uns doch mal los hier! Wir haben hier irgendwo! Nein! Weil die Desert kann man ja mal mitnehmen! Wow! Ja, das trifft in etwa das, was ich gerade gedacht habe! Geh doch weg, ja! Kusch, kusch! Ich habe gerade das Problem, dass da unten der Panzer ist und ich habe hier nichts, um mich zu wehren! Die Frage ist, wo geht es weiter? Klar, wir können da unten rüber... Oh, was ist das schon wieder hier? Wir können da oben rüber springen, das Problem ist nur... Das bringt uns rein gar nichts, eigentlich, solange wir keine Waffe haben! Ich kann es nur probieren! Klar, ich probiere es jetzt einfach! Arschlecken! Oh, lass los! Auf, 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 auf! Hallo, Freund! So, die zwei hätten wir erledigt! Oh! Oh, shit! Ach was, mit der Panzerfaust! Ach, wirklich! Wäre ich nie drauf gekommen! Okay! Gut, hier wären wir! Wo ist die scheiß Panzerfaust? Da oben! So, hier haben wir mal wieder die Fallen, gehen wir natürlich wieder mit! Jetzt brauchen wir auch noch mehr Panzerfaust! Gehen wir mal nach oben! Bloß keine Zeit verschwenden! Boah! Bisschen Munition für die Fallen! Bisschen Munition für die Fallen! Ich gehe auch mal hier runter! M4, M4 bringt uns nicht weiter! Granate, immerhin! Noch eine Granate! Die M4 lassen wir mal hier! Das reimt sich sogar! Gehen wir nochmal raus! In oben rum! Mann, 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 Mann! Ist das eine Action mit dem Panzer hier! Freunde, Freunde! Da wirst du doch in der... Wirst du doch verrückt bei! Kürzen wir hier rein? Gibt's hier irgendwas umsonst? Nein, gibt's nicht! Weiter geht's! Schnell, schnell weg! Auf, 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 auf! Scheiße, wohin nu! Hier lang! Das sieht... nicht gut aus! Scheiße, Sackgasse! Ich habe keine Ahnung, ob wir hier noch einen finden! Ohhhh, shit! Der hat eine Panzerfaust, das ist gut! Das ist aber nicht gut jetzt! Jetzt geht doch in Deckung! Ohhhh! Okay, jetzt haben wir die Panzerfaust, jetzt müssen wir... Drake! Oh, ist der immer noch nicht im Arsch! Ist der Panzer nun im Arsch, oder nicht? Äh, nein! Klare Antwort! Weiter, weiter, weiter! Oh, da ist noch Panzerfaust! Oh, geil! Nein! Gute Dank! Für die Lassung! Wow! Endlich ist dieser verdammte Panzer im Arsch! Puh! Oh! Oh, nein! Tenzin! Puh! Wilma! Kuntjo King! Schäfer? Wo ist Schäfer? Wir können sich so... Oh, was? Nate! Sie haben Schäfer! Oh Mann. Natürlich, weil er den Dolch hatte. Ja, ich weiß. Hey! Keine Diskussion. Wir müssen los. Okay, gut. Dann rutsch rüber. Okay. Toll. Einmal das Club auseinandergenommen. Oh Gott. Okay. Er ist bestimmt im vorderen Fahrzeug. Müssen Sie einholen, bevor Lazariewicz Ihnen die Finger kriegt. Aber wie? Okay. Ich hab ne Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit hab ich nicht gedacht. Ja. Nicht so wackeln. Okay. Ja, genau so. Das Traumfahrt wieder in Action. Noch ein bisschen. Oh oh. Genau so. So kann man es natürlich auch machen. So, was denn du? Alle drüben sind Gegner. Okay. Oh shit. Jetzt bleib doch mal. Boah. Das sehe ich ja mal total drauf. Au, au, au. Der schießt jetzt schon wieder auf mich hier. Boah. Boah. Ähm. Ja, nee. Ist klar. Gibt's irgendeinem Automatikgewehr, was ich benutzen kann? Wie ist denn das? Ähm. Ruhig. Wie soll ich die denn so schnell ausschalten? Boah. Ruhig. 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 Oh man. Ist ja ohne Trick. Es muss ja ohne Trick geben, dass man hier irgendwie weiterkommt, oder? Ähm. Ja, es geht auch runter. So, weg mit euch. So, die hätten wir ausgeschaltet. Ich probiere jetzt mal was. Nein, das... Oder? Oh, das geht. Aha. Zack, die hätten wir... Boah. Komm, 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 komm. Lass nach. So, beide irgendwie erledigt. Munition mal wieder genommen. Boah. Das ist ja irre. Autsch. Okay, äh, ich hab schon eine Armung, wo ich hin muss. So, tschüssi. Ja, das wüsste ich auch ganz gerne. Einmal kurz hier alles mitgenommen. Mal Munition. Wow. Schnell mal rüber. Boah. Nein. Fuck, 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 fuck. Boah. Das ist echt nicht einfach. Das Timing muss hier passen an der Stelle. Es lag schon nach. So, der hätten wir mal. Boah. Boah. Schnell rüber. Wow. Und da war unser Truck mal. So, du hier machst wieder mal den Abgang. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Boah. Schatz darauf, das ist nicht gut. Nein. Aber ich schieße da. Boah. Schnell rüber. Boah. Scheiße, das Ding brennt. Was? Wo jetzt? Boah. Das war mal arschknapp. Ah, nein, endlich. Eins, zwei, drei. Alle weg. Oh, heilige Scheiße. Das daneben. Das daneben. Das ist nicht mal. Boah. Leute. Oh, fuck. Nein, Elena. Scheiße. Das kannst du nochmal. Wo ist der denn dahin? Nein, daneben. Daneben. Ah. Jetzt aber. Was geht denn da jetzt wieder her? Zack. Komm schon her. Ja. Ja. Ich versuch's ja. So, den hätten wir. Den hätten wir. Den hätten wir. Ich komme davon noch. Der Wien-Nest. Oh, jetzt kommt schon. Nein, ich schuze. Ich hoffe, das Ding hat mir da nicht Munition. Da oben ist schon wieder einer. Oh, fuck. Boah. Shit. Was war das? Jo, ich bin da, Elena. Ah, ich versuch's. Haha, ihr blöden Penner. Jetzt seid ihr dran. Oh, Mist. Oh, Dreck. Werden da hoch. Nein, 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 nein. Das habe ich dir nie überlebt. Los jetzt. Fuck. Wo ist Elena? Elena, 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 wo bist du? Warte. Ach, Gott sei Dank. Fast wie früher, hm? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Willkommen. Bei der nächsten Ausgrabung, oder wie? Dem alten Kloster. Was sonst? Und das ist doch bestimmt schon toll bewacht. Verdammt. Was ist los? Lasarewitsch hat ihn. Oh, oh. Oh, nein. Müsst du das schaffen? Aber sowas von. Wenn da nicht mal das große Finale auf uns wartet. Ei, 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 ei. Kapitel 22. Das Kloster. Meine Fresse. Mehr fällt mir dazu gerade nicht mehr ein. Und damit wären wir... Fast geschafft. Alles okay? ...vor Ort angekommen. Jetzt leise. Komm. Ich stehe aber nicht auf leise, Drake. Gut. Nein, nein. Ich bin ehrlich. Nein, nein. Ich bin ehrlich. Ehrlich. Na los. Ja, ich komme sofort. Oder eher gesagt. In der nächsten Folge komme ich, meine liebe Elena. Mann, Mann, Mann. Was war das denn für eine Folge? Erst die Panzerverfolgung. Dann das mit den Fahrzeugen. Meine Fresse. Hier ging es ja drunter und drüber. Puh. Das muss ich jetzt mal sacken lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier an gleicher Stelle wieder. Bei Uncharted Among Thieves. Bis zum nächsten Mal.